Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 35 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 790 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle drei Schmerz und ihre Kontrolle. Die Fläche der Düsseldorf Pempelfort. Dort codes für die Wohnfläche. Die Fläche der Düsseldorf Pempelfort. Die Fläche der Düsseldorf Pempelfort.